Krasser Film. Höchst beeindruckend. Schockierend, aufwühlend. Eklig, aber irgendwie auch ehrlich und wahr. Ja, wird noch nachhalten. So ziemlich die größte Gruselstory, die es irgendwie in der Realität geben kann. Das ist ein kranker Mensch, der hier in Hamburg gelebt hat. Das ist ein echt cooler Hamburger Film. Und die Frauen sind fantastisch. Man sieht was, was man noch nie im Film gesehen hat. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich musste mir zwischendurch mal die Schulter meines Mannes ausleihen. Mal kurz weggucken. So ist so ein Film, wo man rauskommt, als hätte einem jemand ziemlich heftig in den Bauch geschlagen. Wir trinken jetzt alle Korn. Das haben wir ja gesehen. Das tut auf jeden Fall gut. Brutal gut. Diesen Film guckt man nicht, den erlebt man. Respekt. Wunderbar. Das ist tatsächlich ein unfassbar guter Film. Muss man sich angucken. Auf mich.